Ich mach nicht mal die Kamera aus. Ja, mach ich dann. Kannst rein, kannst rein, kannst rein. Dann komm ich jetzt hinterher, bin nicht mehr auf der Drohne. Gut. Ich komm jetzt. Ach Gott, Alter. Ich lade nach! Oh Gott, Alter. Ähm, ne. Ja. Die Blue Treppe ist frei. Was machen wir heute? Ähm. Warte mal, ich Drohne mal. Ja, Drohne mal und schau mal rechts rum, oder? Zwei Minuten. Rechts rum. Wäre gut, wenn die alle On-Spot wären. Also ich weiß, dass in der... Die Mirror steht On-Spot und macht die Wand, die ich immer aufmache. Ich kann für euch ja nochmal Drohnen, ne? Ja, wir Drohnen gerade selber. Also, ganz lang ist... Na, jetzt ist meine Drohne freckt. Wie viel Zylons-Spot ist es, Obo? Ah. Ja, die haben halt Mute, ne? Ja. Gut. Drohne gestartet. Mich hilft, da hinten vom Aquarium kann jemand kommen, oder? Ich Drohne gerade, oder? Aquarium unten meinst du, ne? Ja. Ne, da ist keiner. Ich bin mal rein. Ja. Ich bin angesossen. Ich bin angesossen. Vom Gang. Also die Mirror zielt halt auf unsere Tür? Ja. Ach komm! Ja, sorry, ich muss dir was sagen, dass du gleich mit ihm... Aber ich hab... Weil die... Ich hab gedacht, die schießt auf meine Drohne und checkt sonst. Mirror ist hier. Scheiße, die Wand ist gemuted, Alter. Siehlt Richtung Sunrise. Ne. Ist hinter Spot A. Hinter der Bombe. Noch ein Gegner übrig. Ja. Hier. Ist da beim Runner an dem Mirror-Fenster im Endeffekt. 15 Sekunden. Zielt Richtung Toilette. Ne, jetzt Richtung Küchentür. Äh, Sunrise-Tür. Ist an der Bombe. Ist hinter der Bombe A. 15 Sekunden. Spass die Kunde, Mikey! Sau stark, bitte. Was ist denn mit Bats? Warum kommt da nix mehr? 2 Frau hat mir einen Stecker gezogen, schätze ich.